Glaubt man doch nicht. Crank! E-Mail kommt zu spät schon wieder. Ich will mich nicht wiederholen, aber das passiert in letzter Zeit ziemlich oft. Und E-Mail, wenn du das siehst, dann, ähm, das muss sich ändern. Können nicht immer alle auf dich warten. Das kriegt dann so'n Hals. Also, wir drehen heute ein neues Video. Piero hat sich schon beschwert, dass du mal wieder zu spät bist. Ja, das ist natürlich typisch. Ah, der hat heute Geburtstag. Das sind meine Geschenke eigentlich. Mein Geschenke? Schönes Lied, aber Geschenke? Kommt. Kommt, oder? Wir wären hier an dieser, äh, Location, wo wir auch schon mal ein Video gedreht haben. Das ein oder andere. Das wird jetzt mal eingeblendet. Hier. Und, und hier. Haben wir schon gedreht und jetzt versuchen wir hier nochmal ein bisschen noch andere Perspektiven abzudecken, dass das einfach, ähm, ein bisschen nach dem Meer aussieht. Wir sagen jetzt Bescheid, dass wir bereit sind, dass wir anfangen könnten zu drehen. Guck mal, so sehen wir es noch aus. Jetzt haben wir noch gute Laune. Es ist, na, es ist, der Tag hat angefangen. In zwölf Stunden sehen wir uns dann nochmal wieder. Dann gibt's diese, diese, diese Formen von Unterhaltung, die gibt's dann gar nicht mehr. Wir sind umgezogen. Und jetzt gucken wir uns mal das Set an, weil das haben wir selbst noch nicht gesehen. Da hab ich meinen Freund Emil dabei. Dann gehen wir jetzt zusammen dahin, oder? So ist das Set? So ist das Set. So ist das Set. Warte, danke, ihr Lieber sieben. Szار lcier, vielen Dank für mich zu庆ern. Sehr schön. Welcher bin ich? Ist es warm heute der Maske? Nacht, mein zukünftiges Ich. Wir sind jetzt hier fast fertig, sowohl im Schweißbereich als auch mit Drehen und dann geht es gleich weiter zum nächsten Film. So, here we are, very futuristic. Hey, I'm Brad Pitt, Pitt-Brett, I'm Pitt-Brett. Ja, wir drehen in die Sequenz mit Zafidu. Jetzt sehen wir ein bisschen aus wie ein Matrix. Er hat sich ausgedacht, der Papa. Ey, das sieht richtig krass aus. Wir waren gerade in der Spiegelbox drin. Hollywood einfach. Einfach Hollywood. Der Abend neigt sich langsam den Ende zu, langsam aber sicher. Hier sind wir an der dritten Location. Geisteskranke Shots wurden hier gerade gedreht mit zwei Tänzerinnen. Danach kommt noch eine Location. Zwei. Sorry, ich werde gerade korrigiert. Zwei. Dann sind wir durch. Wir sind kurz vor dem Ende. Wir befinden uns jetzt nochmal draußen und wir drehen jetzt noch eine Sequenz mit einem Auto. Und zwar einem DeLorean. Was ist das für ein Auto? Das! Guckt ihr das an, Digga. Glaubt man doch nicht, oder? Digga, es passt. Das ist was. Okay, Cut. Ich frgende. Das ist ein RAP. Wir haben es geschafft. Oh, es ist vorbei. Wir sind durch und haben es geschafft. Das war's für ein Mal, oder? Das war's schon. Bis zum Rap.